Das macht doch nochmal richtig wieder Mut. Der Markt hat war auf dem Weg nach oben. Wir sehen der DAX aktuell 13.0155. Keine Schocks, bitte jetzt hier nicht tot umfallen. 13.0155 aktueller Stand beim Index und es sieht ja relativ gut und stabil hier auf dem Weg nach oben aus. Im Gegenteil, wir haben sogar noch so leichte Andeutungen, dass das, was wir bisher jetzt hier auf der Abwärtsseite haben, nochmal eher sogar die Long-Seite versprechen wird. Ich will jetzt nicht daraus jetzt hier einen Trade unbedingt basteln, aber als Idee ist das sicherlich noch kein Zeichen dafür, dass wir hier in Sorge und Panik geraten müssen. Gucken wir nach den Amerikanern mal und da sehen wir, wenn wir das Bild mal so zur Seite schieben, dass der Markt sich ja doch ganz schön stark jetzt, der amerikanische Blutschip-Markt, also hier der Dow Jones, seinem alten Hoch hier nochmal vom 3. September hier nähert. Also wir diese Marke haben, das macht, ich sag mal vorsichtig, dieses Bild nicht unmöglich. Das ist immer noch im Rahmen der Möglichkeiten, aber je höher es geht, je weiter es sich nähert, wird dieses Bild dann doch wohl eher abgelöst durch dieses Bild. Wir werden es sehen. Also wir müssen noch abwarten, ob der Kurs dann tatsächlich das Kursniveau hier oben noch übersteigt, aber im Moment sieht das mal aus. Aber warum bin ich mir so sicher, dass der Kurs hier nochmal runterkommt? Sicher bin ich mir da gar nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Es wäre nur das typischere Bild. Sicher würde ja bedeuten, nee, das ist ganz klar, dass das hier passiert. Nein, das ist es absolut nicht. Bitte geht nicht davon aus, dass es zwangsweise dazu kommen muss. Wer also jetzt in Long ist, der hat im Moment erstmal überhaupt nichts zu befürchten auf der Abwärtsseite, zumindest im Augenblick, meine ich. Aber wir sollten uns nicht aus den Augen verlieren. Es sind doch ganz schön viele Rücksetzer, hier einer, hier einer, hier einer, die sich überschneiden. Das ist noch nicht alleine das Indiz dafür, denn wir wissen, dass ja auch in einer Bewegung, die dann fünffällig 1, 2, 3, 4, 5 nach oben geht, dann gibt es AWC und dann gibt es wieder 1, 2, 3, 4, 5, zeitweise jetzt hier in diesem Fall dann mal Kursüberschneidungen eben passieren können. Also das ist noch nicht wirklich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn der Markt das mal temporär macht. Wichtig ist dann allerdings auch, dass er jetzt so langsam aus dem Quark kommt. Das heißt, es ist nicht nur hübsch, dass er hier hochkommt, sondern notwendig, wenn wir dieses Bild tatsächlich so haben wollen, dass er möglichst nicht mehr dieses letzte Hoch, was wir hier, wann war das, das, zeichnen wir mal hier ein, das war irgendwann am Abend, 6. Oktober hier, dass er da nicht mehr groß überschneidet jetzt in dem Sinne. Das wäre ein umso besseres Zeichen, wenn er das überlappungsfrei sozusagen hinbekommt. Macht er es doch, wie müssen wir dann damit umgehen? Na, dann sollten wir uns die Frage stellen, nicht, ob es noch ein bisschen weiter nach oben geht, aber dann sollte ziemlich klar sein, dass das hier wohl doch das eher wahrscheinliche Bild ist, weil wir dann eben doch mit vielen Kursüberschneidungen hier auf dem Weg nach oben unterwegs sind, was kein Problem ist, was aber diese Aufwärtsbewegung dann umso korrektiver darstellen lässt. Und wir wissen, wenn diese Aufwärtsbewegung korrektiv ist und wir sehen, dass diese Abwärtsbewegung voraus ja auch schon so mehrheitlich ABC, also sprich korrektiv unterwegs ist, naja, korrektiv runter, korrektiv hoch, da fühlt sich manchmal einer erinnert und sagt, das können wir doch hier, korrektiv runter, korrektiv hoch. Keine Sorge, es bedeutet nicht, dass wir nochmal auf dieses Niveau zurückfallen, aber ihr seht schon mal die Dimension, die diese Geschichte hier haben kann, wenn das hier ebenfalls da nochmal passiert, ja, dann hätten wir dann eben eine Chance, da eben hinzukommen. Das ist mal so eine kleine Einführung. Ich werde mehr dazu am Wochenende bringen. Das könnt ihr dann hier auch auf Finanzmarktwelt.de natürlich lesen. Einen Beitrag bringe ich ja immer. Wie sieht das übergeordnete Bild aus? Jetzt für heute allerdings schon mal mitzunehmen, noch sieht alles recht positiv aus bei den Indizes. Es bleibt allerdings auch spannend, wie weit die Marktteilnehmer sich übers Wochenende damit halten wollen, ob sie das wirklich durchhalten, ob sie sagen, eröffne nochmal Position und werden die dann auch über dem Wochenende das Risiko dann eben offen halten oder ob der eine oder andere schwach wird und sagt, jetzt haben wir so eine tolle Bewegung hier gesehen vor dem Wochenende, ich nehme lieber nochmal mit, denn ich habe Angst vor so etwas hier. Wer weiß, was da wieder getwittert wird und... dann haben wir natürlich nicht die beste Laune, wenn wir aus dem Wochenende rauskommen. Natürlich bietet der Nachmittag die eine oder andere Chance nochmal. Wir werden natürlich im Trade des Tages gucken, ob wir vielleicht hier etwas finden, was wir vorstellen können. Zu diesem oder zu einem anderen Markt, deshalb unbedingt anmelden. Da stellen wir immer unsere konkreten Handelsideen vor. Wer aber auch zwischendurch mal upgedatet werden will und sagt, Mensch, ist da nicht irgendwie was zu holen? Können wir da nicht vielleicht irgendwas draus machen aus dieser Geschichte? Aus dem Nahkampfbereich, dann ist hier meine Empfehlung, meldet euch an für Born for Trading. Dort habt ihr die Möglichkeit, dann aufs Smartphone kleine Wiegeschnipselchen zu bekommen, wo ich dann sage, hier, zack, an der Stelle finde ich es gerade besonders sexy, da sollte man aktiv werden oder da jetzt besser nicht. Und mit ein bisschen Begründung dazu, ein bisschen Know-how-Austausch ebenfalls. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal, falls wir uns nicht mehr hören sollten, ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche geht es weiter. Und wer in den Märkten noch mit dabei ist und bei Born for Trading, der hört sowieso heute noch ein bisschen von mir. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.